Hey Freunde, willkommen zu einem weiteren Part Slender. Ja, diesmal sind wir hier, wie ihr schon sehen könnt, an der siebten Straße und sind wieder auf der Suche nach acht Zetteln, aus welchen Gründen auch immer, und werden wahrscheinlich von einem bösen Typ verfolgt, der uns vergewaltigen will. Baywise. Ja, ich habe das gerade eben schon mal aufgenommen, aber leider, leider war mein Speicherplatz des Computers dann voll, deswegen musste ich das abbrechen, und ich hatte sogar sechs Zettel gefunden. Und wir versuchen das Ganze jetzt einfach nochmal. Und ja, das hier ist, soweit ich weiß, sogar der neueste Slender Part, sage ich mal, also Slender Map. Und demnächst soll, glaube ich, noch einer mit einem Gefängnis rauskommen, sehr cool. Und ja, ich versuche jetzt mal den Weg hier wieder zu finden, den ich letztes Mal angegangen bin, weil der war eigentlich ganz gut, aber ich habe ihn nicht gefunden, weil diesen Zettel kenne ich noch gar nicht. Ähm, dann laufen wir halt mal so lang. Nowhere is safe. Okay. Ja, wo laufe ich dann jetzt lang? Lass mich mal überlegen. Ich laufe jetzt einfach mal hier lang. Oh, hier ist wieder einer. Was haben wir hier? Don't stop. Okay. Gut. Ja, und hier kommen ganz tolle Geräusche, so nebenbei. Dieses Piepen hier zum Beispiel, welches wir gerade hören. Oder hier kommt auch noch so ein komisches Insektenbrunnen. Wow, wow, wow. Scheiße, scheiße, scheiße. Okay. Ähm, ich mache mal lieber meine Taschenabbern. Okay, ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass er schon beim zweiten Zettel in der Ecke steht. Das war vorhin ein bisschen anders. Da hatte ich mehr Glück. Oh. Dritter Zettel. Takes over your mind. Oh, scheiße. Huh. Ja, aber jetzt habe ich mich schon mehr erschrocken als vorhin im ganzen Part, ey. Den ich ja dann löschen musste. Aber jetzt bin ich wieder hier, wo ich vorhin war, glaube ich. Äh, don't stare. Okay. Nicht anstarren. Einfach weiterlaufen. Boah, es ist hier so verdammt dunkel. Oh, jetzt kommt dieses komische Geräusch. Wir schaffen es, Leute. Wir schaffen es. Okay, hier war ich vorhin auch schon mal. Das kommt mir sehr bekannt hier vor. Ja. Diesen Zettel hole ich mir auch mal eben. Always watches. Schauen wir mal. Okay, nichts zu sehen. Also weiter, also weiter. Huh. Ich habe schon wieder fast einen Anfall. Jetzt höre ich so ein komisches Knatschen. Oder wie man das nennen will. Gehen wir einfach in den dunklen Gang. Da passiert ja nichts. Ich wusste es, was er da bestimmt steht. So. Hier war ich vorhin und hier ist es dann abgekackt. Einmal no face, still cease. Und jetzt rennen wir mal nach rechts. Und laufen hier lang. Gut. So, den Zettel habe ich noch gesehen. Aber einer fehlt noch. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Nur noch einen Zettel. Oh Gott, er ist bestimmt so dicht hinter mir. Oh, warum kann ich nicht mehr rennen? Wo ist der letzte verdammte Zettel? Oh, ich will mich nicht umdrehen. Aber ich mach's einfach mal. Und da steht er genau hinter mir. Also schnell weg. Okay. Scheiße. Oh, ich hätte es fast geschafft. Puh. Ja, anscheinend ist man dann irgendwann zu langsam. Oder wenn die Zeit abgelaufen ist, dann ist er einfach da und man ist tot. Ich weiß es nicht. Aber ich hoffe, ich habe mich ganz gut geschlagen. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei, mir zuzusehen. Vielleicht versuche ich ja die eine oder andere Map irgendwann nochmal. Und vielleicht schaffe ich sie ja auch mal. Ja. Wie gesagt. Macht's gut. Bis zum nächsten Video. Die Woche kommt jetzt übrigens auch wieder Amnesia. Da habe ich wieder Zeit, das aufzunehmen. Oh yeah. Und ja. Macht's gut. Bis zum nächsten Video. Euer Ben. Bis zum nächsten Video.